Neun Leute, Trimax hier. Soll ich euch das Game kurz erklären? Ja, jetzt aber. Jeder von euch schreibt hier eine Situation rein. So was wie Trimax schlägt Chef Strobel mit einer Stahlfaust ins Gesicht. So, dann kriegt das jemand anderes, diesen Satz. So explizit ist das? Ja, man kann da auch reinschreiben, Trimax fährt Motore, das geht auch. Man kann sich das ja ausdenken. Man kann da machen, was man will. Dann muss der Nächste, der diesen Satz bekommt, das malen. Und der Übernächste kriegt dann das Gemalte und muss erraten, was ist das Gemalte? Was stellt das dar? Und so ist es wie Flüsterpost. Es ist ganz einfach, ja, stille Post einfach nur mit Malen. Also noch schwerer wie Scribble. Ja, es gibt aber hier keine Punkte. Es ist ein reines Fun-Game, Max, und du kannst es nicht verlieren. Das ist richtig gut für dich. Ich habe jetzt einen Satz, bitte mach jetzt einfach los. Ich will den unbedingt schreiben. Jetzt könnt ihr hier, jetzt könnt ihr hier was reinschreiben. Zum Beispiel. Ach du Scheiße. Ich dachte, da ist das Reinschreiben? Ja, jetzt schreibst du da deine Situation rein. Ich bin unkreativ. So, ich habe jetzt zum Beispiel meins reingeschrieben. Ihr müsst aber bitte Emo-Chat reinmachen, sonst spoilert euer Chat halt, was das sein könnte. Ja, alle Emo-Chat, alle Emo-Chat. Das sind das den Spaß. Oh, ist zu Ende. Okay, alles klar. Von wem habe ich das jetzt bekommen? Ey, ich glaube, wir haben alle den gleichen Satz. Wir haben einen Psychopath in unserem Team. Ey, was macht man jetzt? Was macht man jetzt? Schreibe ich was? Jetzt zeichnen halt. Zeichnen. Ich kann es nicht. Meine Hand macht überhaupt nicht das, was ich möchte. Ich habe zum Beispiel den Mund da... Ach, Scheiß drauf. Ich habe gesagt, eigentlich, ich möchte nie wieder Games zocken, wo man zeichnen muss, weil alle sagen, du bist so lost. Und es macht doch schon wieder gar keinen Sinn hier. Warum ist da in der Dings da beim Zeichnen oben rechts so ein Sound-Symbol? Kann man hier noch was mit Sound spielen, oder was? Jaja, da sind so ein paar Geräusche. Darf man schreiben oder nur zeichnen? Man kann schon ein bisschen was schreiben, aber es ist halt eigentlich wags. Ja, okay. Also anders kann man es halt niemals erraten. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich stolz auf meine Zeichnung. Ich habe, also das kannst du noch niemals erraten. Ach, Digga, ich weiß gar nichts, Mann. Ich weiß gar nichts. Okay. Gut, die Zeit ist jetzt gleich vorbei, Max. Brauch noch ein bisschen. Ja, die Zeit ist jetzt, also das kann ich nicht beeinflussen, die Zeit ist jetzt gleich, also genau jetzt ist, die Zeit ist oben rechts und ist jetzt vorbei. Was? What the fuck? Wer hat denn da geschrieben, wie lost? Einer hat ja geschrieben aufs Bild. Keine Ahnung, Digga, was das hier sein soll. Ich kann es nur erraten. Also ist das auch nicht schlimm. Nein, 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 nein. Man kann auch Themen vorgeben. Man kann zum Beispiel sagen, wir nehmen das Game nicht verstanden. Ich habe das Game nicht verstanden. Hey, hier hat 1 zu 1 einfach seinen Satz aufgeschrieben. Nee, das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Das habe ich nicht. What the fuck? Wie soll ich das denn machen, hä? Es gibt übrigens auch links nur Tools, die ihr nutzen könnt, ne? Kann ich mal Kreise zeichnen? Wie kann man denn? Was ist denn mit meiner Hand? Das sieht mein Kopf ganz anders aus. Rämpfe die ganze Zeit drinne. Fertig. Keine Ahnung. Macht keinen Sinn. Alter. Keine Ahnung, Alter. Ach, Digga. Das ist echt wahr. Holy shit, Junge. Wer hat das gezeichnet, Mann? Hier hat jemand richtig versagt. Ja, das war wahrscheinlich ich. Nein, das war es nicht, du. Nee. Das ist ultra grob. Ey, seid alle schon fertig? Nee, das ist halt... Ja, die Zeit läuft halt ab, ne? Du musst halt da hinschreiben. Wo ist die Zeit denn? Oh, ich habe nichts geschrieben. Ich habe nichts geschrieben. Und jetzt... Romathas Mutter kommt durch die Türe. Ach, oh Gott. Ach, du Scheiße, ja. Ja, ist gut, ist gut. Wie landt die Türe? Wie landt die Türe? Ja, klar. Dix bin da, das. Junge, wie gut, Mann. Stark. Schmex, lost, leer. Was? Was? Oh mein Gott, Maxi, schlecht. Ihr könnt euch das jetzt hier als GIF... Mir hat die Zeit nicht angezeigt worden, Mann. Oh, Max. Ihr könnt euch das jetzt hier links als GIF runterladen, wenn ihr wollt. Das ist ein cooles Game. Ich verstehe den Reiz. Ich hau Chef aufs Maul. Ach, der Rieps war das. Ich kotze, ich kotze nicht anders. Ach, Junge. Das war die erste Runde. Das war die erste Runde. Damach wurde besser. Oh, Max, sehr gut. Komm, das ist schon gut. Supergeil, supergeil. Das zeichnet er, der Riep. Chef Ströbel überfährt Drömax im Bord. Was? 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 Ach, Gita, wie scheiße. Wie? Chef Ströbel überfährt Strömax im Bord. Schade, Alter. Oh, ich bin gespannt. Guck mal, gut gezeichnet, oder? Ich hatte schon nichts. Wieso sieht meine Zeichnungen aus wie von einem Dumm? Weil du dumm bist, Digga. Das ist wie von einem Zehnjährigen. Ja, Junge, du wirst dich zeichnen wie ein Zehnjähriger, oder? Digga, wie hältst du die Maus? Du drückst richtig die Maus zusammen, du zerquetscht es. Ja, 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 ich bin ganz froh. Das ist der linke Arm. Kein shiny Glurak. Glurak, nicht schlecht. Warum steht nicht bei Kevin, dass der das gezeigt hat? Weil Hanky meint genauso geil. Hanky, Alter, wir haben einen Stil, Junge. Oh, Max, die Keinscheinung. Ja, was? Das geht durch. Oh, clean. Das wurde mir vorgegeben. Chef Strobel im Baller. Sehr gut, Tri, wie glücklich er ist. Wie er sich deinem Hintergrund abknallt. Man erkennt einfach, dass er es ist. Chef Strobel fährt im Ball. Der ist so glücklich im Baller. Guck mal, wie sauer der ist, der sich Chef Strobel sieht, weil Chef Strobel sich qualifiziert. Chef Strobel qualifiziert sich, freut sich, weil er Geld verdient und der 14-jährige Johannes, der eigentlich alles wegmacht, verliert wegen Chef Strobel das Geld. Oh, ist das geil. Chef Strobel überfährt neunjährige Kinder auf der GC im Baller. Jo, wie kompliziert, G-Jimmer. Ach, Digga, das war die Gamescom. Ach, Digga, das war die Gamescom. Chef Strobel fährt mit Baller ins Poker-Center. Ach, du Scheiße, der hat mich schon gewundert. Das musste ich dann zeichnen. Guck mal, wie gut aber. Poker-Center und Chef Strobel. Der Chef Strobel wieder da drin sitzt, der mit seinen langen Weinen. Warum hat jeder Chef Strobel im Baller genommen, Alter? Alle wissen, was er Chef Strobel ist. Wenn du Chef Strobel im Baller siehst, nimmst du ihn einfach nur wahr, damit du weißt, dass er Chef Strobel ist. Junge, Junge, Junge. Scheiße. Max geht K.O. gegen Micky. Okay, Max geht K.O. gegen Micky. Da hab ich mir sehr viel Mühe gegeben. Das ist stark, oder? Ja, gut. Ja, der kennt das. Suki haut Max Co. Co. Micky haut Max Co. Ich bin mir nicht immer viereckig. Ich hab mich auch immer viereckig zu malen. Das ist aktive. Digga, der Roller-Skinn, Junge. Geil. Fahre uns trümmerksam 1.08. Ja, ist gut, ist gut. Ja, auch so. Stark, 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 stark. Ja, ja, ist gut. Oh, das ist schwierig. Ähm, wie viel Zeit? Nein, mach mal nochmal neu. Ich hab keine Zeit. Wieso ist die Zeit denn so schnell? Ich hab nichts. Ich hab nichts. Abbruch. Ich hab auch nichts. Neu. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Scheiße, ich hatte auch nichts. Bist du lost? Lass doch vorher uns das überlegen, bevor du ins Game reingehst. Habs. Sehr geil. Was? Digga, wer hat das denn gemacht? Oh mein Gott. Was ist das denn für eine Scheiße? Oh mein Gott. Boah, ich find nicht gut, dass wir schon so auch so einige Sachen haben, sobald man irgendwie Chef Strubel sieht, man hat einfach einen Baller und man weiß, dass das Chef Strubel ist. Dass wir uns da schon so ein bisschen was haben. Ja, wie soll man das machen? Ach so, Kacke. Wer hat denn so einen schweren Begriff genommen? Wer ist denn da so blöd? Das werde ich später rausfinden, wer sich so eine schwere Story ausgedacht hat. Oh, ich hab einen Plan, ich hab einen Plan. Okay, wir sind gespannt. Kann ja nur geil werden eigentlich, oder? Ihr wisst, was gemeint ist, Leute. Ich bin ready, ich kann nicht weitermachen. Ich hab gut abgerissen, ich hab delivered. Hä? Was? Wer ist das denn? Das bin natürlich wieder ich. Lustig. Ich glaub, es ist auf dem Kante. Wer hat das gezeichnet, Alter? Nee. Ich vielleicht stehe auf dem Schlauch. Also, der hier gezeichnet hat, war schlecht. So. Nein! Scheiße! Was? Ich hab nicht mal... Moment mal. Irgendein Retard hat mir nicht mal einen Satz gegeben. Das ist nicht mal ein Satz. Ich hab keinen Satz bekommen. Ist gut, ist gut. Geil. Geil, geil, geil. Fertig. Ich hab's gerockt, muss ich sagen. Ich glaub, das checkt jeder. Und ich hab Bock auf die Auswertung. Ich hab auch fertig gedrückt. Ihr seid lahm und unfähig. Safe, Alter. Was? Hä? Oh, ich hab's. Du hast so geschrieben, keine Ahnung. Bin ready. Was? Oh mein Gott, was ist das denn? Also, mein Satz ist schon mal grammatikalisch falsch. Wer hat das von euch so verkackt? Wie kann man einen Drei-Wörter-Satz grammatikalisch verkacken? Ich glaub, das war ich. Vielleicht. I don't know. Ah, herrlich. Was lachst du so? Ich krieg's gar nicht hin, wie ich's mir gedacht hab. Hä, meine Hand macht das überhaupt nicht. Ich drück, ich drück und erst eine Minute später bewegt sich mein Finger nach unten. Ich bin gut am Abreißen wieder. Max, wir wissen doch alle, wie das läuft, wenn du sowas sagst. Guck später an. Ja, ich bin fertig, teils drauf. Besser wird's nicht. Okay. Jetzt geht's los. Geil, das ist jetzt geil. Das ist jetzt mein Lieblingspart bei dem Ganzen. Auf geht's. Los geht's. Rewi sagt, wir sollen zeichnen. Kappa und Trimax haben ein Date. So. Wer hat das? Ich hab das gemacht. Ja, Kappa und Trimax. Weiß ich jetzt nicht. Was hat Max geschrieben? Trimax-Date mit Ditto. Hanky! Hanky, gut! Dazu hab ich gesagt. Oh nein, Digga. Dazu hab ich gesagt. Keine Leit. Oh, strong, strong. Geil. Gut, Big Spin, gut. Geil. Das ist ja nicht gut. Das ist gut geworden. Wie er als Kappa aus Ditto geworden ist und dabei ist er dann auch geblieben. Finde ich gut von uns. Das ist geblieben. Big Spin tritt auf der Rollerfläche. Jetzt, Max. Schau dir das, Max. Schau sie an, bitte. Guck sie an. Der sieht aus wie Big Spin. Was ist so cool? Digga, du kannst Big Spin einfach zeigen. Was ist denn einfach Big Spin? Was ist denn einfach Big Spin? Was ist denn einfach Big Spin? Big Spin dritt in Hundestein. Und jetzt guckt mich an. Guck, wie gut ich jetzt mach. Guck. Moin. Moin. Hat er das erraten? Ja. Tromachst du in die frische stinkende Scheiße von Arcani? Was? Moin. Ist doch klar, dass das... Das Rehle hier rechts zum Bild mit dem Retoullogen ist. Wieso werde ich immer nur eckig gezeigt? Was soll das? Das hat doch alle... Ey, ihr habt mich konstant alle eckig gemalt. Ja, alle die Rehlox-Gedüss, Digga. Ich bin nicht so eckig. Micky heiratet Digtree. Digtree? Ja. Gut gezeichnet. Ey, Mann, hat Digtree noch kleiner. Wie Micky auch... Was hat Micky noch einen Hull für Füße? Aber Hobart hat das gut gelungen, Hanky. Das ist wirklich saunheimlich. Das ist sehr unheimlich, Hanky. Ja, Mann. Weg! Big Spin. Diese traurige... Ist das ne Doppelsonne, oder was? Micky heiratet Digga. Bist du dumm? Oh, Digga. Wie kommst du denn auf Digga? Das sind doch drei, Digtree! Das sind doch nicht gezählt. Oh Gott, du hast auch drauf reingeschissen. Oder es wurde ein Digga wegen dir gemalt. Er hatte sogar zuerst einen Digga. Ich hab's aber korrigiert, Junge. Scheiße, es ist nicht süchtig. Wie soll man das zeichnen? Ich hab ein Haken gemacht und ein Nein gegen den einarmigen Banditen. Romatra spielt du vom Doku von Kartengeil. Warum der Romatra? Ich hab den Ultra eigentlich nicht gemalt. Ich hab's gecheckt. Das war strong. Das war strong. Agatha, wo meinst du geiler Typ? Ja, weiß ich doch, weiß ich doch. Hanky! Hanky! Das ist Agatha! Ich weiß nicht, wie Agatha aussieht, Mann. Keiner nicht. Keiner muss überschrieben drauf. Guck mal, Digga, der hat sich richtig was reingepfeffert, Junge. Romatra baut eine total dumme Rakete. Dazu hab ich erstmal... Ja, was soll ich machen? Das ist die Maren. Die Maren wieder da hinten. Immer die Maren im Hintergrund. Romatra, den Raketenwissenschaftler. Okay. Ich hab das gekriegt. Es tut mir leid, aber ich hatte keine Ahnung, was du von mir willst, Libby. Einfach Romatra, oder? Ich hab keine Ahnung, was du von mir wolltest, Mann. Das hätte ich bei Randy sein können. Jetzt kommt Trimax. Du bist ein Tüten, der cheat wie sonst was. Nye. Mit dem Sprachfehler. Man erkennt doch Romatra sofort, oder? Nye. Nye. Das ist eine Rakete, nye. Zwei nach. Wir starten die Runde ohne dich. Wir sind neun Leute. Neun Leute Trimax hier. Oh mein Gott, Max. Der war ja so low effort. Bis gleich. Romatra, das hast du nichts gesagt. Der hebt dir einfach so hin. Sehr gut, sehr gut. Geht los. Mit zehn Leuten jetzt. Holy shit. Klar. Ist das gut? Freunde, ich ziehe ein bisschen viel Tastaturung. Fahr mal ein bisschen runter. Hä? Wer hat denn sowas schwierig wieder gemacht? Wer hat das hier jetzt gemacht? Jungs. Wer hat das hier gestreicht? Das ist halt schon wieder so lost. Och Mann. Oh, ich hab jetzt was. Ich hab jetzt was. Oder? Wer hat das selbe gemacht? Wer hat das? Mann, was? Was ist das denn? Was ist das denn? Hä? Das ist einfach. Was zur Hölle? Stop, Kuh. Ich check's nicht. Ich check's nicht. Romatra WNNiklas-18 schreibt Romatra ist dumm. Warum kann er schreiben? Ich denke, ihm oder oh die. Ey, ihr könnt doch nicht nur ein Wort da reinschreiben. Was ist los mit euch? Sehr gut. Das ist doch einfach alles absolut hässlich, ey. Das ist doch geistig. Wer schreibt denn sowas? Das ist doch voll der Psychoscheiß. Wer war als erstes fertig? Ich. Das ist gut. Leute, in der Moderator hat mal jemand einen Link von Caruso? Wer hat das Spiel verstanden? Einmal bitte ein Follow dalassen. Wenn ich das jetzt gesagt hätte, wäre das nicht passiert. Scheiß, Kerl. Doch, wer es schnell zeichnet, kriegt die Belohnung. Wer ist als nächstes fertig? Wer ist als drittes fertig hier gerade? Ich bin fertig. Okay, Motz ist egal. Ich hab einfach nur auf Fattig gedrückt. So, Digga. Was? Wie kann mir das denn geteilt sein? Ach du Scheiße. Was ist das denn jetzt? Ja, dann bin ich das wahrscheinlich wieder, ne? Lustig, lustig. Hast du schon wieder ein Loch unter deiner Achsel im T-Shirt? Nö. Und die andere Seite nach. Ja, bestätige. Was ist das denn für ein Scheiß, ey? Ich zeichne jetzt zum zweiten Mal dasselbe. Ja, irgendjemand. Wer von euch kann... Wer von euch hat recht, sein Chat über diesen Farben-Ausfall-Symbol. Warte mal ab. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Genau. Was? Wer hat das? Oh mein Gott. Ich brauche hier ein bisschen mentalen Support, Freunde. Ich muss hier gerade was malen, was mir gar nicht gefällt. Aber ihr dürft am Ende aber nicht über meine Bilder lachen, okay? Natürlich. Was? 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 Gemalt, echt? Hä? Ja, ich habe glaube ich Henki sein einzelnes Wort erwischt. Oh, jetzt kommt mein Lieblingspart. So, seid ihr ready? Ja. 3, 3, 3, 4. Gledig, seid bitte gledig, ich bin Henki. Wo Marka fängt seine Mama mit ein... Ah nein! Viel zu kompliziert. Nein, richtig gut. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Gut gemalt, nur war krass. Wie man fängt Blondes E-Girl mit... Oh, oh. Yeah. Yeah. Oh mein Gott. Du macht halt gut, oder? Ist gut. Pass auf, pass auf. Hä, das wird krass, das wird krass. Warte mal. Pass auf. Oh, Marka fängt seine Mutter mit einem... Was? 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 He's strong. Big Spin hat zwar kackt. Was? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, Digga. Oh Mann, Digga. Oh Mann, Digga. Nicht zuständigen. Muskulöser Mann schmeißt Bombe auf. Ja. Sehr gut. So ist's. Wie aber, dieses Eckblat. Muskulöser Mann schmeißt Bombe auf. Du fährst zu zweimal auf dem Kindergeburtstag. Wie arrogant bist du, dass du wirklich denkst, dass du der muskulöse Mann nicht gut bist? Ihr habt mich alle eckig gemalt. Ihr habt mich alle eckig gemalt. Deswegen denke ich, ich bin das. Guck, er meint mich wieder eckig. Tomax feiert seinen Geburtstag. Ich bin zu wieder eckig. Du bist ein Mann, das alles so aus der Vogelperspektive ist. Okay, und jetzt Mona Lisa. Alter. Alter, du bist krass. Nächstes Beispiel ohne Revi, er ist zu gut. Warum ohne nicht? Monte bei Stern sowie. Stern TV ist gut, der Stern ist gut. Einfach so ein Marihuana-Blatt. Alter, mein Begriff ist gut, der kann sich gut durchgeben. Ah ja. So gut. Ulster Geräusche geschrieben. Was? Was? Mit Bombe auf Gegner. Helm und Bombe. Helm und Bombe. Oh gut. Das Ding ist, Big Spin hat es gerettet. Aber das kommt doch nochmal, oder? Beim Minigolf. Ich dachte, das wäre so ein Minigolf-Tor. Der Schläger und die kleine Fahne. Ja, Digga. Was soll ich da machen? Und da hast du einfach nur Twitching geschrieben? Ich bin ein Minigolf-Tor. Ich bin ein Minigolf-Tor. Das sah für mich aus wie seine Follow-Liste. Der ganze Chat, Hanky so bad, what the fuck, ha, ha, ha. Ich bin Hanky so scheiße. No joke. Romatra, fotografiere Zuschauer auf der Rollertour. Was? Ey, das habe ich gut gezeigt. Ich habe es voll verkrackt, oder? Ja. Die waren mit der Türe. Monte auf Malte bei der Rollertour. Hä? Äh, das macht doch nicht mehr Sinn. Ich habe sogar die Walterschlange da drinnen. Hiki! Hiki! Hiki, was ist das? Das ist Kylo! Ja, das ist Kylo. Was ist Kylo? Puh, gut! Gerettet, gerettet. Nicht schlecht. Oh Gott, was ist das für eine Kamera? Monte fotografiert auf Malte, Hunde. What the fuck? Ich hatte einen Hund bei mir. Will und guckt sich süße E-Girls auf Erwachsenen. Was soll ich? Was hat mich mit E-Girls zu tun die ganze Zeit? Du hast dich dazu gesagt. Hä? Hä? Warte! Du siehst aus wie ein Loser. Er hat es einfach nicht gemalt. Was ist eine Zeit der Sitz? Romatra spielt Super Mario. Ja, what the fuck? Ja, wie sieht die das aus? Ja, hä, das ist Peach, das ist ein Koopa, das ist Mario mit der Rundhütze. Romatra spielt Super Mario World 7. Ich wusste gar nicht, was Super Mario World 7 ist. Wie ist doch gerade Super Mario World 7? Radio Lumpau. Ey, bitte. Schaut auf das Artwork, bitte. Ey, Junge, du bist gar nicht so blöd wie du auskommst. Du bist zu gut, du bist raus nächstes Mal. Ah, nein. Ah, stark, stark, stark. Merkel macht Shishabai. Stark, 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 stark. Oh, Redi. Oh, fuck. Aber was macht Redi denn einfach, Mann? Krass. Nee, du bist sick, Digger. Ich kann auch Shishabai drauf. Ich kann auch Shishabai drauf. Ich kann auch Shishabai drauf. Im Capslock. Im Capslock, stark, Romatra. Was? Was? Ja, da, wo ist es dann halt komisch. Ja, geobachtet skeptisch, der Shishabai drauf. Und jetzt kommt Hanky. Jetzt kommt Hanky. Jetzt pass auf. Pass auf. Du bist hier Hosenstrahl auf, Hanky. Das fühlt mich aus. Aber gut getroffen dafür. Das ist dick, Digger. Das ist dick. Das ist eine Bombe, Alter. Das ist eine Zündschnur. Welche Kugel? Das ist eine Zündschnur. Ey, ich auch. Das müssen wir unbedingt wieder machen. Sehr nice. Pops gehen raus an Caruso. Das war seine Idee. Und Pops gehen raus an mich fürs Organisieren. Danke. Das war eine gute Idee. Gut gespielt, Max. Gut gespielt.